Warum ich Gastroenterologie mache? Weil es das tollste Fach der Medizin ist, weil es so unfassbar vielseitig ist. Man hat mit vielen Organen zu tun, der Leber, mit der Bauchspecheldrüse, mit dem Magen-Darm-Trakt und man kann natürlich auch praktisch viel machen. Man lernt Ultraschall, alle Interventionen, die man mit dem Ultraschall machen kann. Man kann Endoskopieren, Magenspiegelung, Darmspiegelung, Gallengangsspiegelung. Es ist sehr, sehr vielseitig und das Schönste ist, die Patienten sind meistens glücklich, wenn man ihnen geholfen hat.